Sind sie da? Endlich, endlich, endlich. Also dort überm, da haben sich die Zeiten geändert, keine Ahnung, dort überm News-Zentrum, über dem Landagreservoir, dann über dem Weinwutschild. Den gleich fotografieren. Dann überm Observatorium. Und dann noch überm Chord-Center. Suche ich von hier aus zu fotografieren. Scheint geklappt zu haben, jawoll. Sind da so 5 UFOs heute. Schleich mich da mal näher ran. Die Störgeräusche zu hören. Aber näher komme ich da noch nicht ran. Mein Motor ist da immer noch. Defecto. Jetzt funktioniert es wieder. Auch beim Chord-Center hin, aber ich nehme an, dort wird dasselbe passieren. Aber wunderschöner Anblick hier. Die UFOs. Und weg ist es. Ja, das war's dann auch schon. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ja. Ja. Ja.